Blasen! Weitere Zwischen auf Leone. Schön! Und jetzt steht einer alleine vor dem Tor zum Schallerriss! Und das ist das Tor! Für die GCK Lions! Er hat der Pass mit dem Dopp. Er liet das alleine los. Er macht es wieder! Er macht es wieder! Das ist unglaublich! Ich würde sagen, sehr zufrieden. Wir stehen jetzt aktuell. Wir sind auf dem dritten Platz nach der regularer Season. Ich glaube, es geht sich das noch nie. Oder zumindest in den letzten 10, 15, 20 Jahren wahrscheinlich noch nicht oder nicht mehr gearbeitet hat. Und darum können wir sehr zufrieden sein mit der Leistung, die wir jetzt gebracht haben. Ja, sehr zufrieden! Wir haben super Qualifikationen gespielt. Nach vielen anfanglichen Schwierigkeiten haben wir uns ein bisschen gefunden. Und sie wurden immer besser. Das ist unser Zeug. Es wird sicher eine sehr harte Serie. sehr gekämpfte Serie vor allem. Wenn man die Spiele anschaut, wo man vorhin gegen der EOC Basel kam, jetzt in der regularer Season. Es war jedes Mal recht eng. Und darum... Es wird sicher eine enge Serie, meiner Meinung nach. Ja, also mit GZK wissen wir. Es ist ein sehr guter Gegner. Es ist die Qualifikation und das Dritte abgeschlossen. Es wird sicher eine harte gekämpfte Serie. Aber wir müssen sicher auch, dass wir gewisse Chancen haben gegen sie. Und dass wir ready die ausnutzen. Ja, ich würde sagen, der Grossteil von uns ist letztes Jahr schon dabei gewesen. Und da hatten wir sicher einen guten Play-off-front. Mit dem Aufstieg ist gekrönt worden. Wie gesagt, wir sind die Saison jetzt wieder zusammengeschweißt und mit den neuen Gielen. Und darum bin ich mir sicher, dass wir auch eine gute Play-off-Mannschaft werden sollen. Wir konnten recht konstante Saison zeigen, was im Vorjahr nicht der Fall war. Und wir haben natürlich auch recht gute neue Spieler bekommen. Von aussen. Aber auch natürlich in der Mannschaft selbst, die wir zum Beispiel letztes Jahr hatten. Wir sind alle ein Jahr älter geworden. Wir sind alle besser geworden. Und darum stehen wir auch auf den Britenplatz. Jetzt sind wir definitiv nicht zu beschätzen. Könnt ihr uns zahlreich unterstützen? Mit eurer Unterstützung im Rücken gibt es kein Limit. Liebe Fans, kommt zahlreich in die Kek. Wir brauchen eure Unterstützung und wir freuen uns auf euch. und wir freuen uns auf euch.